Musik Ich glaube daran, dass Netzwerke in unserer schnelllebigen Welt unersetzlich dafür sind, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können. Denn gemeinsam können wir mehr schaffen und besser sein und besser werden und das kontinuierlich. Die Zusammenarbeit zwischen der IHK zu Kiel und den Wirtschaftsunioren ist super wichtig, damit wir den Kontakt zu Jungen Wirtschaft beibehalten. Ich bin gerne als Bindeglied, um dabei zu unterstützen. Die Arbeit im Vorstand der Wirtschaftsunioren macht mir besonders viel Spaß, da wir uns beruflich alle mit sehr ähnlichen Herausforderungen durch den Arbeitsalltag schlagen. Eine dieser Herausforderungen ist insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben eine große Konferenz hier für den Hansa-Raum stattfinden lassen können, wo wir auch 500 Mitgliedern aus unserem gesamten Netzwerk zeigen konnten, was wir in Kiel alles zu bieten und zu leisten haben. Nachdem wir im vergangenen Jahr auf dem Zukunftsworkshop der Wirtschaftsunion Kiel besprochen haben, was wir zukünftig für Themen gestalten wollen, habe ich mich entschieden, mich zur Wahl zu stellen für den Vorstandsposten, da ich mich darauf freue, diese Zeit aktiv mitzugestalten und auch die neuen Themen mit anzugehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017